Durch das Wirken des Heiligen Geistes hat die auserwählte Jungfrau Maria, noch bevor sie mit Josef zusammengekommen war, ein Kind erwartet, den Sohn Gottes. Ave Maria Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns in der Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 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 Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Ave Maria, Gnade, Maria. Gegrüßet bist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führ uns in der Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ave Maria Der Herr ist mit dir Amen Aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ave Maria Der Herr ist mit dir Amen